Sie haben ja einen Anführer und einen Dreadnought verloren. Dies war mehr als Vorteil für mich. Hier kann ich diese hier nun vergünstigt bauen. Was ich auch gleich machen werde. Ich werde hier noch schnell einen Bodenkampf durchführen. Hier werde ich nur das, wenn ich nur noch ein paar Sachen kreuze. Gut, die hat mir einen ganz schönen Streit gemacht. Das ist auch interessant. Ich denke, dann beenden wir die Folge heute mit einer weiteren Schlacht auf Bill Brinkley. Diesmal mit den Chiss. Dies könnte interessant werden. Auch wenn ich auch hier nicht wirklich Angst habe, das zu verlieren. Ich denke, dass ich auch hier wieder einfach waffenmäßig und mit allem überlegen bin. Ich werde diese vier Squats plus noch ein Squat von hier da hinschicken. Und dann kann ich auch hier hoch und dann ein Squat von hier zurück. Und dann kann ich auch schon losgehen. Und ich werde wieder alle meine Panzer in Stellung bringen. Oh, verdammt. Ich habe hier nichts gebaut. Ja gut, die kann ich nicht. Gut. Das hiervon sollte man sich jetzt nicht zu sehr beängstigen lassen. Es handelt sich hier trotz allem in erster Linie um einzelne Fußsoldaten. Bloß, dass hier jeder Held aus vier Truppen besteht. Das sind all die hier. Das ist eine Scout-Truppe, die... Wahrscheinlich ist es hier nicht an der Hälte. Nee, das ist so einer der Hälte. Ja. Tatsächlich. Der auch irgendwie strategisch gesehen nicht der Beste. Ich mag den Panzer sehr gerne, aber ich bin schon ein Antti in Erdler. Und der hat so einen Fluchtweg. Ja. So, das wird so einer auf die die Spahrung zu tun. schön das beste ist im prinzip unsere feinde können kein bombardement durchführen weil sie keine großkampfschiffe im orbit haben dies ist das ist mir persönlich am besten gefällt so das wird jetzt die neueste verteidigungsstirme wichtig Wichtig ist, hinter euch hinzufügen zu bleiben. Nicht rausdrucken. Seid immer die Helden, werde ich jetzt immer mehr rauspicken. Und zu anderen, weil ich die dringend noch verpicken habe. Also, ihr seid zwar ein paar Helden, aber ihr seid Helden. Ihr seid auch neue Helden. Selbst wenn ich das nicht gewinnen werde, dass sie gereicht haben. Achtung, ich kann hier ein Bombard im Mai anfangen und sehen. Hier ist der absolute Rückzug angesagt für alles. Ja gut. Das war mal wieder ein vernichtender Schlag. Jetzt müssen wir gucken, wie lange sie brauchen, um wieder hier hinzukommen. Ansonsten geht's zur Massaker sozusagen. Ich denke, meine Panzerarmee sozusagen sollte im Prinzip ausreichen. Auch das hier oben lebt. Sehr schön. Ich glaube, sie können weiter drucken. Die werden hier mit springen. Vor allem jetzt nicht, weil ich jetzt noch einen Schutz hier vielleicht habe. Ja, jetzt hier. Das war's. Das ist die beste Stadt, die ich hier oben ein bisschen gelockt habe. Das ist interessant, dass die sich jetzt zurückziehen. Jetzt müssen wir aufpassen mit dem Bombardment. Das heißt, ich soll da versuchen, sonst darf ich keinen reinlassen, sonst. Ein Bombardment, das ist kein Bombingrun, den ich vorher sehen kann. Ich werde jetzt auch nicht alle meine Tanks hier lassen. Ich werde die jetzt ein bisschen verteilen. Okay, das könnte für mich gefährlich werden, falls sie das capturen. Habe ich oben noch Truppen? Jo, gut. Die brauchen jetzt leider etwas lange hier runter zu können. Ich werde die hier vorschicken. Das ist für mich verdammt wichtig, diese Sensoren einzunehmen. Das ist auch interessant. Das war das Bombardment von denen. Ich würde dieses Bombardment als verschwendet ansehen. Ich habe das Ambienten, das ist 하나. Wie bout den豈 similar macht? Die wurden die Chorus-N motivation inchegizte ansehen вообще. Diese stayed gut aus der Investoren. ütmer. Wir haben die Kratos-N uncheck. Wir haben eine Kälte, die sich empforzen. Die sind Copy. Heading out. Ready to roll. Advancing. Roger that. Form up. Awaiting orders. So, dann warten wir jetzt mal auf Feinde. Ah, da, das ist nicht schlau. Gegen ein Anti-Fahrzeug-Geschütz so vorzugehen. Und dahinter habe ich Raketentanks, also da, die werden dann, da werden aber nix durchkommen. Der hingegen wird mir wieder ein bisschen Stress machen. Ja, die kann ich hier jetzt gut gebrauchen. Ja, die kann ich hier jetzt gut gebrauchen. Oh Gott. Mit Truppen aus. Das ist mein letztes Mal. Was denn? Hm. Der Helden noch muss sich zu schaffen. Ah, sehr schön. Die kann ich gut gebrauchen. Ich werde mir noch ein weiteres Impfung durch die Situation mit der Zeit kurz machen. Das wird sich natürlich... Ach so, ansonsten hätte ich jetzt alle meine Panzer gesammelt und wer reingedüst. Ich denke, das hier war trotzdem vorteilhaft. Wieso habe ich nichts verloren? Dadurch, dass ich meine Panzer... Also ich habe dann Infra-D-Squad verloren, aber... Dadurch, dass ich meine Panzer aufteile, können die nicht von allem auf einmal angegriffen werden. Das macht es schon sehr hilfreich. So. Und jetzt. War es das für mich für heute? Mal sehen, wann wir uns das nächste Mal sehen. Ciao.